Musik 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 1 Michael 4 Ah Ein Clown Ich bin vielleicht im Keller Arbeit ich bin nicht da gehen sie bitte okay hier ist ein jen direkt genau ja hallo damit wir die abstimme zu den jans vergrößern ja genau zieht ihn hier auf die seite das ist eine gute idee das doch auf der corrupte side das ist ein bisschen ob er einen pinken Finger hat Oh, da ist mein Anhuck. Sehr geil. Gönn dir. Mach ich auch. Ey, wie die Jill sich da einfach schon vorbeigeschlichen hat, ne? Kleine Bitch. Hoffentlich tun wir das. Ne, mach doch nicht. Dafür bin ich dann der Nächste. Ich sehe, ich sehe, was du vorhattest. Denkst du, der hat den Pinky Finger? Ne, er hat auf die Palette geworfen. Oh. Na ja, hat er mich jetzt getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn er mich getroffen hat, dann... Dann kriegst du ja sowieso den Gefährdet-Status. Der läuft da am Maprand entlang. Ja, zu den zwei anderen Jens. Ich warte erst mal, bis die vom Jens wegrennen. Bis er den nächsten Chase eröffnet hat. Okay, schluss. Ja, jetzt kommt er wieder. Scheiße, ey. Er sucht dich. Er ignoriert mich. Ich mach hier Krach wie Sau. Okay. Ey, Jill, heil mich. Wie war das mit dem Bischof in der Tod durch? Äh, der hat Deadlock. Der Jens hier ist geblockt. Unseren. Okay. Jill hat sich reingeworfen und er will trotzdem mich. Wow. Er schüttelt sich ein und guckt mich die ganze Zeit weiter dahin. Hallo. Er ist bei der Scheck. Ja. Ja. Oh, okay. Oh, die Rebecca hat den Banzer drinne. Jill ist bei mir. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt in deine Richtung rennen, weil sonst hätte er auch abdrehen können. Ist ja nicht so cool gewesen. Jack Paddy ist back. Ja, ich hab's gut gesehen. Okay. Ja, er ist voll auf die Rebecca fixiert. Hm. Oh, was ist der Typ? Oh, no. Oh, no. Okay. Wo bist du? Beim gesperrten Jen. Äh, Kuhbaum. Achso. Ich hab gedacht, er wäre gerade... Der ist ja gerade... Ja, ja, da ist er gerade hingegangen, aber er hat mich nicht gefunden. Der will mich nicht. Du bist du Obsession. Vielleicht deswegen. Oh. The last of us. The last of us, ja genau. Heidodon. 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 Safe ist er bester von us, meinst du? Ja, genau. Okay, sie sind in der Nähe von mir dran gegangen. Ich verzieh' nicht mal. Versteck' dich. Ja, versteck' dich. Ich bin nicht da. Ich muss gerade daran benutzen meinen Handwerk. Ich warte hier und guck dann die Jill ab. Ja, kommt rüber. Verzieht euch von da. Ich geh ihm jetzt gleich ein bisschen auf den Sack, weil wenn ich recht hab, bzw. wenn du recht hast, dann hast du dich zu best verlast. Will er dich nicht. Ja, dann fack ich ihn jetzt ein bisschen ab. Wer hat die ihre Decker gefunden? Ich halte die Jill gerade hoch. Hm, was ist das denn? Scheiße. Ich bin ein bisschen dran. Ja. Nö. 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 Versteck dich! Geh weg! Geh weg! Oh, ich geh ja schon. Oh nein! Kein Löt. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh wieder hin. Ja, er hat Saved the Best. Deswegen hat er mich die ganze Zeit ignoriert. Ich geh in den Keller, oder? Nee, ich geh nicht in den Keller. Pido ist auch noch da. Nächster. Ich hab Zeit, fängt zum Ersten. Ja. Links von mir. I see. Er geht rechts von mir weg. Perfekt. Okay. Ja, er kommt zurück. Oh, er hat die Jill nicht gesehen. Lauf! Es sei denn, du kommst noch gleich noch ein... Er geht zurück. Ja, 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 ja. Ich könnte nen Hit-Tank brauchen. Da bist du. Hier. Jill ist auch noch hinter dir. Perfekt. Wer mal dankt. Ja. Bye. 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 Bye-bye, Juni-Mond. Nee, das hatten wir schon. Wollt ihr das lang? Lass ich mich jetzt gleich weg, Junge. Ja, ist klar. Mir ist heute nicht so. Oh nein. Kann ich verstehen. Mal dem her, ich wünsche dir, wenn wir schon mal sind. Ich wünsche dir, wir gehen mit uns.